Ja, servus Leute und willkommen zu einem kleinen Quickie- oder Quick-Tipp-Video zu MC Eternal, wie man an Nihilid oder Nihilid kommt, wie man dem das aussprechen mag. Nihilid ist ein Zusatzmod von Tinkers Alloying Addons und dieser gibt einen sehr starken Modifier, und zwar den Soul Eater Modifier. Ja, also das bedeutet, wenn ihr dann eure Waffe da mitmacht, jedes Mal, wenn ihr einen Mob tötet, bekommt ihr 0,05 oder 0,5 extra Schaden dazu und das deckt bis ins unendliche Feintbeiner hoch. Also, das ist sehr stark, aber um an das Zeug ranzukommen, muss man sehr, sehr, sehr viel machen. Wenn ihr da seht, Nihilid braucht man Solarium, Vibranium, Solarium, kommt man aus, Valyrium, Uro, Nucleum, bla bla und das ganze Gedöns. Und für die Leute, die nur wissen wollen, wo man das Zeug findet, wie man da rankommt, den blende ich jetzt mal hier einen Chart ein. Diesen Chart werde ich auch unter dem Video verlinken, könnt ihr euch einfach anschauen, da steht auch dabei, Vibranium, Spawns und Desserts am besten, also in Wüstengebieten, Duranite, Spawns fast über. Überall und so weiter. Dann seht ihr auch dann auf der linken Seite, welche Reihenfolge ihr das in die Schmelzen reinpacken müsst und so weiter. Und am Endeffekt bekommt ihr ganze 72 Nihilid raus. Was ihr dazu braucht, also was wirklich mandatory ist, also wo es nicht drum umkommt, ist eine Tinker Schmelze natürlich. Die muss nicht unbedingt mega groß sein, es reicht, wenn die, ja, in den halben Stack oder so reinbekommt. Wenn ihr umso mehr, umso einfacher. Das zweite, was ihr haben solltet, ist Blazing Pyrotheum. Blazing Pyrotheum bekommt ihr in dem Modpack entweder, wenn ihr es natürlich craftet, oder wenn ihr Zugang zum Bernice habt, was ihr zu diesem Zeitpunkt eigentlich haben solltet. Weil ihr braucht dann noch eine andere Maschine. Weil sonst wird es so ein bisschen komplizierter. So, das dritte, was ihr braucht, ist natürlich erstmal am besten eine Möglichkeit, um mit der Reise zu können. Jetpack oder ein Kleider mit Slingshot. Aber Jetpack ist wahrscheinlich am besten. So, dann braucht ihr natürlich Zugang zu Overworld. Das ist als erstes, da findet ihr die ersten Oars. Die nächsten Oars findet ihr im Nether. Das ist halt schon ein Vorteil, wenn man da ein bisschen mehr fliegen kann und so weiter, um das Zeug zu suchen. Und dann die dritten Oars, die letzten Oars, die findet ihr im End. Und da müsst ihr eigentlich fliegen können schon. Weil sonst bin ich mir nicht sicher, wie man das sonst am besten machen kann. Außer ihr wollt mit Enderpearls und so weiter euch durch die Gegend ballern. So, dann haben wir das. Dann, theoretisch, was ihr bräuchtet, wäre natürlich eine Spitzhacke mit entsprechendem Mining Level. Aber, boah, gibt es eine einfachere Methode. Und zwar, das Teil hier, der Digital Miner. Digital Miner ist eigentlich ein ganz, ganz nettes Ding. Der umgeht nämlich jetzt Mining Level. Und da ist das Problem, da wissen einige schon nicht, wie man den konfiguriert. Was eigentlich gar nicht so schwer ist. So, jedenfalls, was ihr macht, am besten, habt ihr hier oben, wie ihr es jetzt links sieht, habe ich mir die ganzen Oars schon mal aufgeschrieben, die man braucht. Dann geht ihr hier auf Config. Achso, und falls hier Config ausgegraut sein sollte, keine Sorge, ihr müsst die nicht abbauen usw. Dann geht ihr einfach hier auf Reset. Und keine Sorge, wenn ihr auf Reset klickt, bleibt eure Programmierung trotzdem bestehen. Jedenfalls geht auf Config. Dann sieht man, ich habe hier schon zwei eingetragen. Jetzt gehen wir hier auf, Entschuldigung, New Filter. Dann gehen wir auf, Oh, Dictionary. Okay, dann gehen wir hier oben, wenn ihr euch doch ein Vorteil wenig wisst, was ich hier eingetragen habe. Habt ihr mich so gar nicht gemerkt. Das hier ist ESO und das hier ist Vibranium. Okay, New Filter, Old Dictionary, dann sagen wir hier, wir wollen nur Duranite haben. Die zwei Wochen weg, sonst kommen die wieder durcheinander. Duranite. Also, wenn ihr euch das so vorgelegt habt, dann drückt ihr, geht ihr mit der Maus drüber. Dann seht ihr unten drunter, Old Dictionary Names, Or Duranite. So, dann müsst ihr gucken, genau wie es geschrieben wird. Und dann geht ihr hier rein, wirklich kleines Ohr. Und dann, Durante. Dann klickt ihr hier auf, okay. Wenn das Ohr hier erscheint, perfekt, hat funktioniert. So, dann können wir das entfernen. Dann gehen wir auf New Filter, Or Dictionary, Uru, wieder Shift drücken. Kleines Ohr, großes U, kleines U. Also, Or, U, U. Okay, bestätigen, save, weg. Das könnt ihr natürlich auch theoretisch, äh, könnt ihr es auch ein bisschen anders machen, aber das ist am besten. Ihr könnt auch zum Beispiel Or Dictionary machen. Jetzt sagt ihr einfach mal, oh, Stern. Wenn ihr jetzt mal auf Okl klickt, dann wird jedes, alles, was im Or Dictionary mit Or gekennzeichnet wird, wird dann, äh, gemeint von dem Teil. Aber das ist sehr viel. Aber wir machen jetzt einfach mal, und wenn wir jetzt mal gucken, warte mal, ich brauche meinen Freund. Schließen den kurz an, und dann sagen wir mal Start. Ja, 10.700 Erze. Aber das jetzt auch nur, weil, wie gesagt, weil ihr seht, wir haben hier das ganze Zeug da. So, jetzt machen wir kurz Stopp. Jetzt haben wir das hier, ich kann es hier nicht machen. Also Reset, Config. Dann gehen wir hier unseren, diesen nervigen Filter, den wir momentan nicht haben wollen. Den machen wir einfach mal Delete. Fertig. Start. Jetzt sind wir noch bei 42. Und jetzt, wie ihr seht, sammelt ihr nur noch die Ors, die wir hier wirklich eingetragen haben. So, dann könnt ihr schon euch auf die Reise begeben. Ja, das war eigentlich schon das kleine Quickie. Kurzes Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, ein Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch schlecht ein bisschen helfen. Ansonsten haut da rein. Schönes Wochenende, schöne Woche. Und genießt. Was kommt jetzt? April, Ostern. Keine Ahnung, was alles kommt. Haut rein, Leute. Bye, bye.